Wo ist eigentlich mein Sprit? Ist das mein Sprit? Fuck you! Scheiße, das fällt ja immer wieder rein. Jetzt steig in den verfickten LKW ein! Oh oh. Jetzt ist die Scheiße da rein! Wie soll ich das denn da rauskriegen? Tja, ich hätte das natürlich auch gleich hier machen sollen, aber nein, ich muss ja unbedingt einen Questmarker suchen, der offensichtlich nicht da ist. Also, der falsch war. Oh Gott, das Bier! Das Bier! Bin ich nicht bald zu Hause? Ich muss doch bald zu Hause sein. Die Level werden noch... Das ist doch ein Horror-Game. Die Level werden noch länger mit der Zeit. Ich war doch hier irgendwelche komischen Schleifen, oder was? Sehe ich da was? Sehe ich da etwa was? Genau. Ich hätte ja den Anhänger vergessen. Oh, endlich zu Hause! Endlich zu Hause! Oh, jetzt muss ich mir erst mal Würstchen reinhauen hier. Oh, Hunger! Geil! Weg! Oh, erst mal was trinken, ey! So, Kühlschrank wieder zu machen. Oh, das ist ein konsistenter Strahl. Solid P, könnte man fast sagen. Ja, na, komm schon. Bald fertig. Und fertig. Guck! Nein! Nein! Erstens, was ist das für ein Marker da oben? Und zweitens, ich habe das Foto so gemacht. Und auf meinem beschissenen Handyfoto sah der Schatten von dem Pfeil wie ein anderer Pfeil aus. Ich werde bekloppt! Boah! Wie kann man denn so fehlen? Oh! Oh, das tut ja schon weh! Oh, das ist ja richtig schlimm! Und soll ich dir was sagen, wenn ich das nächste Mal einkaufen fahre, ne? Dann fahre ich einfach hier und hier und fahre dann die Hauptstraße lang. Weil da kann ich ja doppelt so schnell fahren, als wenn ich hier lang fahre. Aber was ist das für ein... Was ist das... Was ist das hier? Oh nein! Ist das der Typ mit dem... Wo ich die Kacke eigentlich absaugen sollte? In Wirklichkeit? Weil hier war keiner. Und der hat einfach nur... Vielleicht hätte ich auch ohne, dass die mir direkt Bescheid sagen, dass es voll ist, kann ich rumfahren und die Kacke absaugen und die geben mir Geld. Das ist ja auch möglich. Und das ist eigentlich der Auftrag. Boah! Alter! Oh! So ein Mega-Fail! Kann ich mir jetzt hier endlich einen neuen Schlauch kaufen? Warte, was war das? Das war kein Schlauch. Das sieht nicht so aus. Ah, jetzt klingelt schon wieder das. Ach, kommt schon. Komm, steh auf. So, jetzt gucken wir, ob da was zukommt. Ah, jetzt klingelt's noch nicht. Warte, 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 warte. Der ist und der ist. Dann fügt mich auf unsere Pappen und sag mir hoch. Da ist der Papp. was erzählst du denn jetzt kein neuer questmarker aber da ist der pub und ansonsten da kann ich ja einmal kurz bei der kirche rumfahren ob da auf der rückseite ob da die menschen so wie sieht denn das jetzt eigentlich aus wir haben es jetzt mitten in der nacht ist klar ich werde jetzt hier mal nehmen weil ich es jetzt hier mal so ist jetzt hier mal chips greifen ja kommen wir können wir natürlich jetzt nicht die können wir jetzt ja nicht so alleine lassen den typen aber ich werde bestimmt nicht ohne essen losziehen warte mal der laden ist ja dann zu wenn es nacht ist schade sonst hätte ich gesagt können wir unser bier gleich abholen immer da sind weißt du was wir jetzt mitnehmen wenn ihr jetzt die taschenlampe mit so weil es ist dunkel kann ich eigentlich mit der taschenlampe in der hand noch was in die hand nehmen kann ich nicht also pass auf wir müssten eigentlich mit dem hier sowieso tanken ich könnte aber auch okay wir machen das jetzt mal wir machen das jetzt mal geschickt wir machen das jetzt mal geschickt ok wir machen das jetzt mal richtig geschickt weil wir ja schlau sind schlaue fixe wir fahren jetzt erst mal runter und wechseln wir nehmen jetzt erst mal gleich aber bevor wir das machen werden wir gucken ob wir mit dem benzin kann ist da den truck hier befüllen können wenn wir nämlich das können denn war ja offensichtlich was drin dann kommen wir den benzin kann ist da gleich mitnehmen um dinge zu machen du weißt schon um den wieder voll zu machen der stand da ich kann ja nicht beides nehmen so und hier ist der das heißt wir tun jetzt mal das so irgendwo hier haben wir diese so dann bin ich jetzt ja mal gespannt ich sehe nichts ich sehe definitiv nichts geil ich kann das auch so machen er wünscht ja auf jeden fall schön rum ach das ist alles ein das ist alles ein kleider datt das ist nur wieder fallen das ja richtig schlau ja keine ahnung denn keine ahnung werde ich den wohl nicht useln können irgendwie boah dieser kuckuck kann ich hier ein gewehr irgendwo kaufen meine würstchen ich brauche doch noch meine würstchen oh mann alter was für ein glitsch fix ding noch eins wie soll man sich das scheiße warum geht denn immer aufs dach drauf das kann ja nicht wahr sein muss ich jetzt immer weiter klicke den gti geht aufs dach er klettert aufs dach rauf muss ich erst mal wieder ausspringen oder was denn wenn wir jetzt vielleicht nicht sofort zum pappen sind erst mal also auf jeden fall in die stadt fahren in das dorf und mal gucken wo der fall jetzt noch war am wasser hinterm friedhof bei dem haus ob er noch einen kackeloch hat wenn der ein kackeloch hat dann ist das ist das nämlich unser auftrag gewesen dann war das andere in loppa was wir gemacht haben nur zufall dass wir uns auch gek gegeben hat naja bitte schon wieder tag cheisch dat schai